Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute werden wir Geschichte schreiben, wir werden die Zukunft sehen. Heute, es ist so verdammt krass, wir werden einen AirDrop fahren, wir werden gemeinsam einige Protokolle nutzen, wir werden auch ein Smart Contract schreiben. Keine Sorge, es ist super einfach, das kannst du alles nachmachen. Ich gehe das nach und nach, Schritt für Schritt durch, langsam, damit auch wirklich jeder mitkommen kann. Aber lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Viele Leute, die mich jahrelang verfolgen, ihr wisst, Layer 2 Solution wird das nächste große Ding werden. Und wenn wir schon im Rabbit Hole drin sind und noch viel tiefer graben, dann werden wir feststellen, dass es zwei Arten von Technologien gibt. Einmal Optimistic Rollup und einmal CK Rollup. Optimistic Rollup ist eine primitive Art und Weise, wie man Transaktionen validiert. Und CK Rollup, wenn wir fünf Jahre in die Zukunft gehen, wird jede Art von Transaktionen auf Basis von Zero Knowledge Proofment durchgeführt. Das heißt, wir werden hier einen Blick in die Zukunft erhaschen. Und natürlich gilt auch, wenn ein Projekt rauskommt mit einem Coin und auch CK Rollup unterstützt, dann wird es auch hier den Fall sein oder den Fall darstellen, dass der Gewinner alles bekommen wird, weil das die Zukunft ist. So, Freunde, ich hätte niemals, niemals gedacht, dass diese Technologie auch auf Bitcoin angewendet wird. Wir werden hier folgendes Projekt gemeinsam farmen und zwar Satoshi VM, eine auf CK Rollup basierte Layer 2 Solution, was auf Bitcoin läuft. Und eine Sache kann ich sagen, größer wird es dieses Jahr nicht mehr werden, denn das ist hier die Zukunft, worüber wir sprechen. Lass uns gemeinsam eintauchen. Wir werden diesen Airdrop farmen. Sie werden einen Airdrop rausbringen, denn die Dezentralität bei CK Rollup ist überaus wichtig. Und damit ist auch nicht zu spaßen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und deswegen gehe ich stark davon aus, zu 99 Prozent, dass auch ein Airdrop folgen wird. Und ich lade euch alle herzlich ein, hier auf meinem Kanal in diesem Video. Hol dir einen Kaffee, hol dir eine Cola oder was zu essen. Ja, lass uns diesen Airdrop gemeinsam farmen bei Fragen gerne in die Kommentare. Ich werde immer drauf schauen und werde dann in den nächsten Videos dann so eine FAQ mit einbauen, schnelle Runde, damit die Fragen schnell beantwortet werden. Abonnieren nicht vergessen, ganz wichtig. Gerne auch ein Like hinterlassen und deine Gedanken gehören in die Kommentare. Lass uns direkt starten. Ich will nicht so lange schnacken. Und zwar reden wir hier über Satoshi VM. Dezentraler Bitcoin CK Rollup Layer 2, der mit der EVM Ökosystem kompatibel ist. Freunde, wisst ihr, was genau das bedeutet? Ethereum Virtual Machine Compatible heißt, dass alle DApps, die wir kennen, auch auf Ethereum, auf der Satoshi VM Layer 2 CK Rollup mit zum Laufen gebracht werden können. Das heißt, wir werden eine Massenwanderung sehen von Ethereum hinüber auf Bitcoin. Warum eigentlich? Weil die Sicherheit für Protokolle das A und O ist. Ich meine, aktuell ist Ethereum das sicherste Netzwerk, wenn wir auf DApps schauen. Wenn aber ein Satoshi VM kommt und eine Layer 2 CK Rollup basierte Lösung darstellt, dann werden alle Projekte, LiduDAO und so weiter, alle auf Satoshi VM hinüberwandern, weil es einfach viel sicherer ist. Denn durch die Layer 2 Solution kann natürlich Satoshi VM die Sicherheitskomponente von Bitcoin nehmen und natürlich auf EVM-kompatible DApps auch ausrollen. Und das ist eine krasse, krasse Sache. Also wir werden auf jeden Fall eine Wanderung sehen von sehr, sehr vielen Apps, weil sie werden ihren Kunden, ja, wenn sie die Möglichkeit haben, eine noch sichere Chain zu wählen, dann werden sie das machen. Denn auch Kundenzufriedenheit gilt auch bei DApps. Ansonsten, ja, gehen alle raus und die ganzen Gelder werden raus liquidiert, wie auch immer. Und das ist eine verdammt große Sache. Und es ist nativ BTC als Gas zu verwenden. Satoshi VM führt das EVM-Ökosystem in Bitcoin ein und verleiht dem Bitcoin-Ökosystem die Möglichkeit, Vermögenswerte auszugeben und Anwendungen zu erstellen. Das ist die Zukunft und natürlich auch Satushis Vision nicht so ganz. Aber Satoshi hat halt immer gesagt, er möchte gerne ein Peer-to-Peer-Netzwerk haben, wo natürlich Zahlungen durchgeführt werden. Und das mit der Layer-2-Solution könnte man in die Vision von Satoshi tatsächlich so ein bisschen weiter mitverfolgen. Und das ist für mich eine riesengroße Sache. Okay, kommen wir erstmal zu diesem Airdrop. Wie können wir das Ganze fahren? Das Wichtigste vorweg ist erstmal, du brauchst eine Metamask-Trust-Wallet, wie auch immer. Und du brauchst Unisat als Wallet. Ja, das lädst du hier runter. Ich werde natürlich alle Links auch unten bei mir in der Beschreibung hinzufügen. Das lädst du dir bitte einmal runter. Und dann fangen wir auch schon damit an, unsere Unisat-Wallet mit einzustellen. Ich werde dir alles verlinken, was du hier gerade siehst. Werde ich auch in der Beschreibung wieder verlinken. Und das Ganze sieht dann auch so aus. Das Wichtigste anfangs, ja, musst du erstmal von dem Netzwerk, vom Live-Net hinüber zum Test-Net übergehen. Das habe ich schon gemacht. Und wichtig, auch den Adress-Typen solltet ihr auch genau prüfen. Das ist nämlich native-sacquid-p2-wpkh. Wichtig, das muss ausgewählt sein. Und dann funktioniert es auch. Nicht die anderen, sondern nur das erste obere. Und dann habt ihr eure Wallet schon soweit eingestellt. Das, was wir jetzt brauchen, sind auch Fossés. Also Coins, die nichts wert sind. Ich habe hier mir ein bisschen was drauf transferiert. Wie du das Ganze bekommst, ist wie folgt. Du gehst unten in meine Beschreibung. Ich habe zwar, hier sind es zwei Webseiten. Ich habe aber ein paar mehr genommen, damit das Ganze funktioniert. Weil das hat im ersten Step halt nicht so schnell funktioniert, wie es eigentlich sein sollte. Und wenn du auf diesen Webseiten bist, solltest du hier deine ID rauskopieren und hier soweit eingeben. Du änderst bitte nichts an der Menge. Sonst funktioniert es nicht. Und gehst auf Send Testnet Bitcoins. Ich werde dir noch unten weitere Fossésseiten mit eingehen. Das gehst du bitte alle acht Stunden einmal durch. Tatsächlich, beim ersten Mal wird es nämlich mit der Bridge-Komponente nicht passen, weil wir dann Mindestbetrag brauchen, um überhaupt zu bridgen. Das kriegst du mit diesen Testnet-Fossés nicht hin. Das heißt, du musst es mindestens zwei- bis dreimal durchführen, damit das nämlich auch klappt. Lass uns nämlich direkt erstmal unsere MetaMask einstellen. Dazu öffnest du deine MetaMask. Du klickst hier oben links und gehst auf Netzwerk hinzufügen. Wir müssen erstmal jetzt die Layer-to-Solution von Satoshi.wm. Hier wirst du jetzt gefragt, welcher Netzwerkname, RPC-URL. Und dann gibst du hier diese Werte aus dem White Paper von Satoshi.wm einfach mal auf oder in MetaMask ein, damit das Ganze für dich auch klappt. Nach und nach trägst du alle Werte hier ein und gehst dann auf Speichern. Und dann hast du nämlich auch hier Satoshi.wm. Satoshi, wo habe ich es denn da oben? Satoshi.wm Testnet. Und dann bist du nämlich auch schon drin. Und das wird nämlich gleich auch wichtig werden, damit wir den nächsten Schritt soweit durchgehen können. Wenn ihr jetzt genug Fussés auf eurer Unisat-Wallet habt und da kann es unter Umständen circa 10 bis eine halbe Stunde dauern, bis die Coins überhaupt ersichtlich sind. Deswegen wirklich, ne, plant hier ein bisschen mehr Zeit ein. Es kann immer ein bisschen dauern, verzögert, wie auch immer. Manchmal funktionieren diese Fussi-Seiten auch gar nicht. Deswegen, ja, wartet da einfach ab. Wenn ihr dann die Werte auch habt, dann könnt ihr hier nämlich folgendes machen. Dann geht auf die Bridge-Oberfläche und wir werden hier mit zwei Arten von Coins auch bridgen. Einmal mit Bitcoin und einmal mit Ethereum, Sepolia. Dazu kommen wir gleich nämlich nochmal. Also, ich sagte es, du brauchst hier tatsächlich eine Mindestanzahl an Bitcoins. Das sind, glaube ich, 0 mit 4 Nullen und einer 1, damit du es überhaupt bridgen kannst. Bei mir wird es halt nicht funktionieren, aber gesetzt im Fall, bei dir funktioniert es. Wenn du geklickst auf Deposit, dann wird sich nämlich auch deine Unisat-Wallet öffnen und wird dich fragen, ob du das Ganze bestätigen möchtest. Ja, möchtest du? Dann werden nämlich deine ganzen Assets von Bitcoin, Testnet, vom Unisat hinüber auf Satoshi, VM, Testnet, auf Metamask usw. hinüber verschickt. Das kann bis zu einer halben Stunde dauern. Also, das, was wir aktuell auf Ethereum gewohnt sind, eine Transaktion innerhalb von 10, 20 Sekunden zu empfangen, wird hier echt lange dauern. Deswegen halbe Stunde Zeit solltest du auch soweit einplanen. Hier wird nämlich deine Coins vom Ethereum-Testnetzwerk hinüber auf Satoshi, VM, auch EVM-kompatible Chains auch hinüber gebridged. Und das dauert halt nicht seine Zeit. Und wir werden nämlich auch nochmal, wenn wir das gemacht haben, mit SAVM-Bridge durchführen, also Ethereum, Sepolia, hinüber auf Satoshi, VM, Testnet. Und wie wir nämlich auch die Fussés dazu bekommen, auch hierzu werde ich den Link unten in der Beschreibung hinzufügen. Klickt ihr auf die Website, geht auf Connect Wallet, ist auf jeden Fall eine safe Website. Also, ich hole hier immer irgendwelche Fussés. Wählt dann natürlich auch die Chain aus, die ihr wollt. Wir wollen natürlich hier Ethereum und wir wollen Sepolia. Nicht Gurley, nicht Holesky, Sepolia. Und dann geben wir unsere Wallet-ID ein, connecten das Ganze. Wir können natürlich auch, wenn wir einen Tweet verfassen, die doppelte Menge auch an Coins bekommen. Und dann wird das Ganze direkt auf deine Metamask, ja, Ethereum-Testnetz hinüber gesteckt. Und wenn wir das Ganze haben, werden wir das Ganze auch hier soweit versuchen. Ich habe hier ein bisschen schon was drauf. Und dann gehen wir auf Deposit. Das Ganze wird dann natürlich durch Metamask versucht zu bestätigen. Wir wechseln hier jetzt erstmal soweit die Chain. Das macht er automatisch. Und dann werden wir gefragt, ob wir die Transaktion soweit durchführen möchten. Ja, das Netzwerk ist aktuell ein bisschen überladen. Aber wir machen ihn mal ein bisschen aggressiv, damit er schneller durchgeht, ja. Gehen auf Bestätigen. Und wenn wir damit durch sind, sollten wir genau diesen Prozess mindestens einmal alle zwei Wochen durchführen. Also es wird sicherlich eine Weile dauern, bis Satoshi VM auch live im Mainnet geschaltet wird. Und wenn das Ganze soweit durch ist, versuchen wir wieder diesen Vorgang immer wieder zu machen, ein bisschen Transaktionen reinzubekommen. Weil das sind bei Airdrop-Kriterien immer so das Wichtigste, was wir auch in der Vergangenheit gesehen haben. Das nächste wird sein, dass wir eine Smart Contract schreiben. Wir werden ein Coin im Testnet von Satoshi VM soweit veröffentlichen. Und dazu gehen wir auf thirdweb.com. Auch hierzu findest du den Link unten in der Videobeschreibung. Wir klicken auf Contracts. Du kannst der Seite auf jeden Fall vertrauen. Die ist auf jeden Fall safe. Auch deine Wallet connecten musst du sogar. Dann werden wir das Ganze auf Grundlage dessen machen. Ich habe schon hier einige Contracts bereitgestellt, um im Testnet halt auch zu farmen. Wenn wir auf Linear, auf Base, auf Scrollen übergehen oder kann natürlich, wenn diese Daten, diese Transaktionen gelesen werden, würden die anderen Parteien denken, dass ich ein Entwickler bin. Also das heißt, wir publishen ein Coin, wir erstellen irgendwelche NFTs auf oder im Testnet und so weiter. Dann wird man, wenn es zu einem Snapshot kommt, dann auf jeden Fall höher bewertet als ganz normale User, die normale Transaktionen drin haben. So, wir gehen auf Deploy Contract und wählen hier tatsächlich Token aus. Wir wollen ein Token deployen und das Ganze auf Satoshi VM. Und dann klicken wir auf Deploy Now. Sobald wir Deploy Now geklickt haben, öffnet sich ein Fenster rechts und da geben wir erstmal unseren Namen ein, was wir soweit geben möchten. BTC Test, wie auch immer. Wichtig ist, ihr braucht keine Angst haben. Ihr seid ja am Testnet unterwegs, deswegen alles soweit halb zu schlimm. Ihr könnt hier keinen Fehler machen, es ist alles im Testnet. Und wir werden natürlich nicht sofort das Ganze deployen, sondern gehen auf die Netzwerke. Wir werden auf Add Custom Network klicken. Und das Wichtigste ist, die Werte, die wir vorhin in Metamask als Netzwerk eingetragen haben, tragen wir hier ebenfalls ein. Wichtig, vergiss nicht, hier auf Testnet zu klicken. Wir sind ja im Testnet unterwegs. Ich habe das Ganze schon gemacht und das Ganze können wir natürlich dementsprechend auch so auswählen. Und Satoshi VM Testnet habe ich hier soweit ausgewählt. Dann öffnet sich unsere Metamask und dann, ja, wir wollen auf Satoshi VM Testnet wechseln. Klicken das Ganze an und jetzt sind wir auf Satoshi VM Testnet und gehen auf Deploy Now. Genau. So, normalerweise, ja, sollte eigentlich das Ganze soweit durchgehen. Bei mir wird aber immer eine Info gesagt, dass ich das Ganze, ja, zu teuer ist. Und deswegen, ich habe nicht genügend Bitcoin auf meinem Konto. Deswegen kann ich es erstmal nicht durchführen. Also deswegen solltet ihr so viele Fussees wie möglich auch für euch ansammeln, damit ihr überhaupt einen Contract soweit deployen könnt. Ich versuche mal selber das Ganze manuell anzupassen in der Hoffnung, dass es dann doch funktioniert. Und zwar nehme ich oder senke ein bisschen mein Gas Limit, damit das Ganze dann doch funktioniert. Und senke das weiter. Mache hier eine 2 draus. 1,06 Dollar. Auch so viel habe ich nicht in der Hoffnung, dass es dann doch irgendwie dann durchgeht. Ne, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig, was ich hier habe. Ne, der lässt es wirklich dann nicht durch. Also wir sollten hier auf jeden Fall mehr als 1 Dollar auch an BTC Testfusses auch drauf haben. So kriegen wir das leider nicht hin. Aber ich sage euch eins, wenn das Ganze funktioniert, dann werdet ihr es sicherlich auf irgendwelchen Snapshots mit berücksichtigt, weil ihr einfach dann als irgendwelche Entwickler wahrgenommen werdet. Und das ist natürlich auch soweit die große Kunst. Wir müssen alle neuen Protokolle, die auf Satoshi VM veröffentlicht werden. Und dazu kriegen wir halt immer wieder Statements, immer wieder Ankündigungen, wo es dann heißt, Satoshi VM kooperiert mit XY. Dann sollten wir die halt immer im Testnet mitnutzen und so weiter. Ja, wenn irgendwelche Landing- und Borrowing-Protokoll-Geschichten geht, dann auch Interaktionen tätigen, Transaktionen tätigen. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Und wenn wir das Ganze gemacht haben und das Ganze soweit rauskommt, dann male ich mir eine wunderbare Zukunft, weil, ja, Layer 2 Solution auf Bitcoin, das ist das nächste große Ding. Und wir haben es natürlich auch gesehen mit BRC20, das Narrativ-Bitcoin ist halt schon ein super spannender. Und wir steuern auf das nächste Halfling zu. Wir steuern auf eine wunderbare Zeit mit neuen All-Time-Highs, mit Hashrates und so weiter zu, ETF und so weiter. Haben wir alles gesehen. Und all das wird auch für die Zukunft hin auch die Layer 2 Solution befeuern. Denn der größte Wunsch ist es natürlich, auf Bitcoin irgendwelche Debs zum Laufen zu bringen, weil es das sicherste Netzwerk der Welt ist. Und das wird halt sehr, sehr spannend werden. Besonders dann, wenn es irgendwann mal heißt, ja, bitte lächeln, Snapshot. Und ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Schreib gerne deine Kommentare, deine Gedanken in die Kommentare und auch deine Fragen in die Kommentare. Ich werde das immer mal wieder anschauen, vielleicht mal ein FAQ machen, damit wir hier up to date sind. Und ich würde mal sagen, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderbaren Tag da draußen. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.